genau was ich brauche noch ein 12.000 das ding ach ja fick dich doch ja jetzt krieg davon auch nichts und ich kann gar nicht mitmachen so hier flotten runter die rebellen gegenseitig bekämpfen weiß ich ja ich würde auch nichts bekommen weil ich kann ich kann es ja nicht leisten damit zu kämpfen nicht wenn die k.i. den frieden schließt kommt man nichts dann hält sie diese scheiße minus 3 bis 99 vielleicht nur 1, ach guck mal auf und was soll ich da jetzt machen nein ach komm ich dachte das wäre jetzt voll ja gehen wir zu meinem nachbarn, das passt schon, wo kommt das ding jetzt her haben die nicht vor, ah nee das war meine ach komm schon und da oben wird mein reich besetzt, ja vielleicht habe ich Glück und bekomme eine Provinz, weil ich kann mir keine Ahnung gerade leisten, Pech gehabt mal kurz was gucken einen Moment also Lüge ist nichts gut, hier ist absolut nichts gut das ist einfach nur totales Chaos ach hallo sie haben so viel mehr Truppen, ach komm ja es ist egal, ich muss jetzt erstmal hier, ach ich muss die nicht mal vernichten die geben mir so in 10 Jahren auf den Sack rum das ist der spannende Teil, wo nichts passiert, im Chat schreibt auch keiner was was mach ich denn da mit wer ist denn das ne sind wir nicht, wie wir so gut endet, hey da ist wieder ein Kredit, danke noch mehr, ja natürlich ich nütze mir doch noch mehr rein ich hab noch irgendwo da drüben hab ich noch welche, aber ich weiß, ich komm da noch welche rum ne scheinbar nicht mehr, das ist ja einer das ist der Kyuk Kyuk und mir gehen auch bald die Generäle aus, so bewegt wie langsam kann man sich denn bewegen, sag mal wie langsam kann man sich denn bewegen, sag mal ja hallo ja hallo, alter das sind so viele Truppen wieso können die da so viel von meinem Land besetzen ach komm äh die AI so unfair in jeglicher Hinsicht so und und so und 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 ich und 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 Scheißspiel Ich kann es als wenn ich genug hätte, könnte ich es nicht fördern, weil es noch ein Vermögen kosten hat Oh Mali hat mich überholt, toll Ach, komm schon Aha Gut Nein, noch mehr Korruption, die würde ich auch nie wieder los Äh, oben ist zwischen alles besetzt, nein Überlegenheit demonstrieren Was ist das denn für ein Müllziel Willst du mich verarschen Da kann man nicht mehr Provinzen ab Ach komm Fick dich doch, du Scheißspiel Wie 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 Die KI ist so nutzlos. Warum macht man das? Das habe ich einmal aus Versehen gemacht, aber die KI, die hat solche Probleme ja nicht. So, wir werden jetzt mal diese letzte Rebellenarmäe da noch plätten und dann vielleicht mal alles wieder oberen noch, das letzte Fleckchen. Ach, come on. Das ist doch ein Witz, wegen dem Rotz hast du den gekriegt. Äh, das kann man nicht mehr glauben, Mannes. Ach, das kann doch alles nicht wahr sein. Ach, das ist doch ein Witz. Ach, das ist doch ein Witz. Ach, das ist doch ein Witz. Ja, das ist doch ein Witz. Ich habe doch nichts mehr im Bereich vereinigt. Vielen Dank. Kurier, wo ist Kurier, ich bin aber aus 0.1 So eine Scheiße Machtkosten, was soll ich mit dem bilden, das da will ich Sklaven, ganz viele Das da ist auch nicht wirklich relevant, ich hätte noch nie Probleme mit Post-Recruz-Reserve Ich glaube, das kann ich kommunizieren, wenn ich Hab ich aber dich Also wird es auf ewig unkondisiert bleiben Jetzt kann ich den auch nicht über den Kriegen erklären, weil ich Wenn das voll ist dann Sehr gut Ja, die Punkte muss ich sparen, also gibt es keine Upgrades Und ich viel zu weit hinter hier hinke 14 Jahre Geil Dann kann ich mir den Rest von Tunesien nicht einverleiten Da hinten habe ich eh keine Schnitte, das kann ich nicht mehr angreifen Erstmal mein Verbindel, der ein Vollidiot ist Ehh Ehh 81, das wird ja immer schlimmer Hier habe ich jetzt 2 Millionen kleine Nationen, was soll dies Was soll denn dies Das kann ich mit Gewaltwasser lisieren? Das ist mir ne Option, weil der noch mehr nächstes juggelt Ich will vielleicht den Klausel klein starten Ach du Scheiße Steuern Steuern Plus 10% ist 1,9 aktuell mache ich plus 5,36 Sollte es bei bestauren 10% 1,9 Das müssen doch die Kosten theoretisch näher ungefähr Plus 1 Hey, ich weiß nicht raten Hier haben alle so plus 15 Kann man das nicht mal einsehen Berater Statistiken Berater Berater 3 schon Fürs 5 freut es noch nicht Na gute Sache Na gute Sache 3 2 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 6 6 7 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 Aber das hätte ich gerne. Technikstufe 15, 20. Das wird nicht mehr passieren, da brauche ich Teile von Cordova ernähren. Ich weiß nicht, ob es nicht mehr passiert ist. Ich weiß nicht, ob es nicht mehr passiert ist. Oh mein, das war eine falsche Schatten. Nee, da müssen wir jetzt. Das wird ja noch nicht geändert. Äh, was? Gefangen gegen Soldaten tauschen. Nein, was? Ich würde gegen Geld tauschen. Die Erdachter ist die Wohinung des Zähne. Ach komm. Pass schon. Ich wollte ja eh nicht, glaube ich. Ich bin schon bei 4,3% Das hat es auch noch nicht, obwohl es so nahe ist Ach wirklich Wenn ich rauskriegen bin, also Spanier wird man bitte beschlagen Können Spanier die Krieger klären Und Cordoba mir erobernt für mein Ziel Islam Nein Ach es läuft wirklich nicht gut Ich habe noch nicht eine Ideengruppe voll Ich kann es mir auch nicht erlauben Punkte auszugeben Weil ich noch technologisch schon so weit hinten bin 14,14 Ja das ist ja schon Ach f*** dich doch Oh Die bekomme ich aber glaube ich nicht, wenn mein Herrscher stirbt Drei schon durch Ach die Scheiße Vier schon durch Ach ja noch auf Neun Neun Komm Sonst hast du irgendein Land besetzt? Ne Doch Cordoba Ja auch schon bei 28 Ich habe ja mal neun Mese oder voll Kriege ich das bald mal abbezahlt? Ach 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 Ich habe jetzt eine Inflation Hm Das ist doch ein Trauerspiel hier Das geht noch Ne warte mal Das hört ja nicht 17 Das hört ja 1820 auf Das sind noch über 200 Jahre Oh Uff Was habe ich denn davon? Kennt ihr auch dazu? Ne natürlich nicht Das wäre ja nützlich Und irgendeinen anderen kann ich doch eigentlich gar nicht fascialisieren Ne nehmen alle gar keinen Bock zu